Jo, hier ist der Was-Geht-Ab? Haben wir wieder im Start dazu gekommen zu einem neuen Trailbacks und zwar Heute werden wir wieder Rekorde brechen Und zwar, wir werden so ein Fahrzeug bauen Und was am schnellsten fährt, Leute Wir müssen die Schallmauer durchbrechen, wir müssen 0,8 Sekunden in der Unendlichkeit Mir egal, wir müssen das irgendwie schaffen Und die heutigen Gegner in dieser Folge sind Ein Crybacks und Rosig, Was-Geht-Ab, Jungs? Was-Geht-Ab, du Paul-Berger? Wie viel Einsatz spielen wir eigentlich heute, Jungs? Wir machen 3000 Einsatz 1000 pro Kopf, würde ich sagen Wer das schnellste Auto oder Fahrzeug baut Ihr habt's gehört? Ihr habt's gehört, was machen wir das Ganze? Leute, ich würde sagen Wie viel Zeit machen wir? Mir reichen im Prinzip 15 Minuten Für euch würden mir auch 3 Minuten reichen Gut, machen wir 15 Minuten Jeder geht ein bisschen weg jetzt hier Und ich würde sagen, wir hören uns gleich wieder So Leute, und ihr lasst jetzt ein Like da Auf den Chat-Glock aktivieren, um nichts mehr zu verpassen Und wenn ihr Bock auf noch mehr Trainmakers-Content habt Und schreibt mir gerne in die Kommentare rein Was für Challenges sollen wir noch machen, Leute? Es ist ja echt viel möglich hier Und ich würde sagen, wir müssen direkt mal anfangen, hier zu bauen Und zwar Ich habe mitbekommen Erstmal brauchen wir hier so ein Cockpit Weil unser Auto wird so schnell sein Puh Mashallah Sagt man da nur So, warte mal Wir haben jetzt so ein Zweier-Ding Okay Das heißt Am besten Bauen wir diese Ich habe mitbekommen Diese Schwebeblöcke Sollen richtig Krank sein So Aber ich hatte noch irgendwie vor Ähm, Leute Und zwar Genau, ich will das einmal hier so in der Mitte machen Ich will mal was testen Ich möchte gerne mal etwas testen So, wir ballern die Dinge So durch Okay, jetzt baller ich nochmal hier so Und zwar, Leute Ich habe mitbekommen, dass es wohl den krankesten Speed gibt Wenn man das so benutzt So Zack, zack Zack Okay, Leute Nein, ich will nicht Ich will nicht Farbe kopieren So Nein, das war das falsch rum, oder was? War das falsch rum? Oh, hoch So Jetzt noch eins nochmal runter Okay, perfekt Nee, so funktioniert das nicht Ich habe mitbekommen Mit diesen Schwebeblöcken Kann man wohl Äh, so einen richtigen Bug ausnutzen Wo das Fahrzeug einfach Ihr hört's Ihr hört's Dann wird die Schallmauer durchbrochen Perfekt Dann haben wir das schon mal umgedreht Aber ganz kurz Hier die nochmal durch Umdrehen Zack, zack 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 Ach Egal Ich glaube, ich habe die nirgendwo angezahlt, oder? Ja Ach, Leute Das war wieder mal so Das war mal wieder ein Pipiga-Moment des Tages So Wir gucken mal ganz kurz So Das war das Fahrzeug Hier Alle löschen So Wir holen die Die Wir müssen alle mal ganz kurz hier markieren Und zwar holen wir hier Da 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 Und machen die auf Leertaste Nee Hä Hä Da haben wir irgendwas falsch gemacht Machen wir nochmal so Digga Irgendwie will da was nicht funktionieren Ey, Leute Ich glaube, die haben diesen Bug gefixt Da müssen wir was anderes bauen Nein Ich habe meine ganze Taktik weggenommen, Leute Aber natürlich Weiß der Armee sich trotzdem zu helfen, Leute Oder? Glaubt ihr wirklich Lasst mich davon unterkriegen? So 1, 2, 3 Perfekt So Wir lassen uns davon nicht unterkriegen Wir lassen uns davon einfach nicht unterkriegen, Leute Und zwar werden wir uns jetzt hier ein paar Rennsportfelgen hinbauen Auch nochmal hier Und da ganz hinten Weil wir müssen nicht lenken, Leute Wir müssen nicht lenken Merkt euch das Lenken ist nur was für langsame Kühe So Und jetzt bauen wir hier so einen Drachenmotor an Okay, perfekt Dann bauen wir hier wieder so ein Drachen Dings So Oh, hoch Mega, machen wir direkt noch einen so hin Hier Zack 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 Wir machen mal eine Kombination Aus Drachenmotoren Und aus Drachendüsen hier So Drachenjetdingern Damit werden wir dann hoffentlich generell schon Grundspeed viel haben Und halt nochmal durch den Booster übelst viel ballern So Dann bauen wir das nochmal so So, so, so Jetzt lassen wir das erstmal nur so durch Nur so durch, Leute Die ganze Zeit Okay, dann haben wir am Ende nochmal so Drachenmotoren Okay, da ist glaube ich Max gewesen Okay, wir kommen, wir sind bei 700 Easy 800 900 1000 1000 45 1060 1070 1070 Okay, wir kommen an 1070 ran, Leute We are on 1090 Okay, ich würde sagen, wir sind fast bei 1000 Ja, 1100 schaffen wir mit dem Fahrzeug easy Aber das reicht mir noch nicht an Speed, Leute Das sage ich euch Hard auf Hard Jetzt kommt die Frage aller Fragen So Was ich mich aber noch frage ist Wenn wir nochmal so erweitern Hier können wir nochmal erweitern So Oh, Leute Ich habe mal noch eine gute Idee Ich habe nochmal eine gute Idee Und zwar können wir das Ganze nochmal verstärken Ja So Perfekt Ja, ist genau so Wir machen weiter Wir machen weiter, Leute Wir geben hier nicht auf So, perfekt Sehr gut, Leute Guckt mal Guckt mal Guckt mal Guckt mal Guckt mal Wie viele Raketen wir noch reinballern konnten Jetzt hiermit Okay Das eine Bugfahrzeug Das konnten wir nicht mehr verwenden Aber wir können eventuell, Leute Wenn das hier alles klappt Oh mein Gott Also wenn das jetzt klappt Okay, erst geben wir Gas Und dann Oh mein Gott Oh mein Gott, Leute Okay, wir sind einige schneller als eben Guckt mal, wie wir uns hier Däne, Leute Guckt mal, wie weit wir weg sind Okay, 900 noch easy Guckt mal, die 1000 Oh mein Gott Wir haben die 1100 einfach geknackt 1200 Und tschüss Oh mein Gott Leute, wir haben die Schallmauer durchbrochen Wir haben die Schallmauer Und guck mal, wie viel schneller geworden sind Hä? Oh, jetzt stelle ich mir noch eine Frage, Leute Wir fahren einmal nochmal komplett zurück Guckt mal, wir haben 1400 Bei 1400 ist Stopp Okay, 1400 haben wir geknackt Das heißt, wir haben von 1200 Wir sind auf 1400 wieder hoch Okay Zack Wir drehen uns dreimal um Und zwar hätte ich noch eine Idee, Leute Bin ich mal gespannt, ob das Ganze auch funktioniert Ah, nein, nein, nein Wir wollten ja so ein Wir brauchen so ein Drachen-Ding wieder Wir brauchen wieder hier so ein Drachen-Jet Okay Jetzt muss ich nur Oh mein Gott Hat jemand auch die Schallmauer durchbrochen? Verdammt, das ist nicht gut Leute, das wird jetzt mal Wir werden versuchen, hier den ultimativen Speed nochmal rauszuholen Mit so einem extra Drachen hier oben So Dann können wir einmal So Perfekt Genau so wollte ich das haben, Leute Genau so Wollte ich das haben Weil jetzt können wir hier so durchkopieren Zack, 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 zack Wir versuchen das ein bisschen so im Dreieck-Format zu machen, Leute Wie eine Pyramide Das wird das Pyramiden-Super-Auto Oh mein Gott Wie smart von mir So Jetzt bauen wir nochmal einen Motor dazu, Leute Ey, Leute Ihr müsst doch irgendwie Ihr müsst dafür ein Leiter lassen, Leute Weil ich glaube, das werden wir gewinnen Ich glaube, die Jungs haben keine Chance gegen uns Das sage ich euch hart auf hart Ich glaube nicht dran Ja Also Alles schön und gut Die werden wahrscheinlich auch Guck mal, einer hat auch die Steinmauer durchbrochen Aber ich denke mal Wir werden über 1600 jetzt kommen Oder es ist zu schwer, Leute Das kann auch sein Es kann auch sein, dass es jetzt zu schwer ist Aber guck mal, wie wir uns wegbiegen Guck mal, wie wir uns wieder hier wegbiegen Oh mein Gott, guck mal Wir fahren immer noch durch Ja, guck mal, die Steinmauer durchbrochen Und bam Es hat uns wieder ein bisschen mehr Speed gegeben Es hat uns wieder ein bisschen mehr Speed gegeben Guck mal, wir sind bei 1500 Ja, Leute Ist schon mal nicht schlecht Ich würde mal sagen Das speichern wir erst mal ab Und ich habe noch eine Idee an Fahrzeugen Und das müssen wir dann gleich testen Dann müssen wir gucken Welches der beiden Fahrzeuge ist es besser von uns Okay, wir sind bei 1560 Wir sind bei 1560 Oha, okay Okay, wir sind bei 1560, Leute Das Ganze werden wir natürlich jetzt einmal abspeichern Speichern Aber auch direkt wieder löschen, Leute Und zwar habe ich noch eine Idee, die wir machen können So, eins, zwei, drei Weil da will ich die Jungs auch mitfahren lassen Da will ich die Jungs mitfahren lassen Ah, nein So Und dann nochmal So Leute, jetzt machen wir mal was ganz Wildes Da bin ich mal gespannt Ob das Ganze auch funktioniert So, wir werden uns jetzt hier Ganz, 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 ganz langes Auto bauen. Okay, ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal hier an ein Auto. Leute, wir übertreiben heute voll, Alter. Ey, wenn das keine kranke Folge ist, Leute, ey, ihr müsst ein Like da lassen für die Folge hier heute. Oh mein Gott, was wir hier wieder aus dem Nähkästchen zaubern. Das ist wild, würde ich mal fast behaupten. Ah, Leute, guck mal hier, was wir vergessen haben hier. Wir müssen das hier schön gerade machen. Dann machen wir das mal ganz nach vorne. Das auch mal ganz nach vorne. Und zwar, Leute, werde ich nur mit Drachenmotoren arbeiten dieses Mal. So, das werden wir ganz kurz hier mal so durchkopieren. Oh mein Gott. Ah, jetzt haben wir alle. Oh, ich wusste gar nicht, dass es mit Doppelklick, dass man alles markieren kann. Okay. Okay, wir probieren das mal aus, Leute, ob wir hier viel Geschwindigkeit aufbauen. Komm, wir sind bei 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200. Teilmauer wieder durchsprochen. 1300, 1400. Langsam ist aber ein bisschen hier 1500. Wir sind aber eben 1600 gekommen, ne? Wir sind eben 1600 gekommen, wenn ich mich irre. Boah, beide Fahrzeuge super schnell, Leute. Denn jetzt werden wir versuchen, das Ganze hier nochmal zu verbessern. Und zwar nochmal, Leute. Okay, wir haben nicht mehr viel Zeit, Leute. Wir haben noch drei Minuten Zeit, um die ganzen Fahrzeuge mal zu testen. Boah, guck mal, wir haben oben noch zwei und dann noch ein paar Blöcke haben wir noch übrig. Ey, Leute, das hört nicht auf. Das hört nicht auf. Wir müssen die ganze Zeit durchkopieren, Leute. Guck mal, was wird das für ein Fahrzeug heute wieder? Wir versuchen das hier ein bisschen zu modernisieren hier, wenn man das nochmal nennt. So, okay. Leute, außerdem, was ich noch vorhabe, ist... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Okay, das passt, Leute. Das passt. Ich glaube, damit werden wir... Das wird das finale Auto sein. Ich glaube auch wirklich daran, Leute. Ich glaube wirklich daran. Ich glaube, damit werden wir gewinnen. Ich glaube wirklich, damit werden wir gewinnen, Leute. Ja, es wird vorbei sein, Leute. Es wird einfach nur vorbei sein. So, 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 so. Wir müssen ganz kurz noch ein paar... Passe das, ne? Wenn du einen kleinen Fehler bei so vielen Dingern machst, das ist so ärgerlich, das wieder zu korrigieren. Ja, der Nächste hat wieder die Schallmauer durchbrochen. Ich weiß nicht, was die da gerade am Testen sind. Aber wir werden nicht aufgeben, Leute. Wir werden nicht aufgeben. Auf gar keinen Fall. Egal, egal, egal. Wir machen jetzt noch die Reifen dran. Na komm, wir sind schon fast voll, Leute. Ah, ah, ah. Ah, weil die Reifen hier... Oh mein Gott, Leute, das war wieder so dumm von mir. Ich muss die Reifen... Oh, das waren die ganzen noch vorne, Leute. Und das, was ich meinte, wenn man so ein Riesenprojekt baut und einen kleinen Fehler macht, dann ist wieder... Da musst du... Guck mal, wie viel wir jetzt hier korrigieren müssen, Leute. Guck mal, wie viel wir hier wieder korrigieren müssen. Oh mein Gott, Alter. Ey, das ist wieder so ärgerlich. Weil es unnötig ist, ne? Das ist einfach nur unnötig gewesen gerade von mir, dass ich das so verkacke. So, noch ein Rennrad hier hin. Abbrechen. Was denn jetzt hier wieder... Was ist denn jetzt hier nicht verbunden? Erzählt mir mal bitte. Was ist hier nicht verbunden? Hier ist alles verbunden. So. Okay, Leute, jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Speed. Okay, 800 geht über... Oh nein, jetzt... Ey, wir sind zu nah an dem Ende gewesen, Leute. Wir müssen das... 1600... Bisher das erste Fahrzeug ist bisher das Beste. Ich hoffe, das bleibt jetzt nicht so. So, Leute, wir machen wieder volle Karacho. Jetzt müssen wir testen, Leute. Nach dem Test werden wir uns mit Russik und Icrimix battlen, Leute. Danach werden wir uns battlen. Oh mein Gott. Okay, 1000... 1100, 200, 300, 400, 500, 600. Ja, ist vorbei. Das ist das beste Auto. 700, 800. Ja, 1900, Leute. Ich glaube, wir schaffen sogar die 2000. Ja, 2000 kmh mit drei Sitzen, Leute. Mit drei Sitzen haben wir die 2000 kmh geknackt. 2100! Oh Gott, Leute, ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt, was die anderen Jungs gebaut haben. Okay. Okay, Leute, wir werden uns entmuten. Hallo! Yo! Moin! Okay, ich bin ready. Echt? Ja, was mit euch? Warte, ich habe hier gerade was verkackt. Ah, Leute, er muss was verkackt. Okay, wir sehen uns jetzt gleich wieder. So, Jungs! Jetzt haben wir uns wieder versammelt. Seid mir ehrlich, glaubt einer von euch, dass er gewinnen kann? Ja, ich weiß nicht. Ich habe euch da schon ein paar Mal die Schallmauer durchbrechen hören. Das habe ich bis jetzt nicht geschafft. Und ich habe meinen letzten Umbau noch gar nicht getestet. Also ich kann sagen, das ist voll gut. Also ich kann sagen, das ist voll gut. Leute, 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 ich schneide euch an. Ich fange einfach an. Okay. Dann fangen wir an. Hier seht ihr es. Ihr müsst hinten einsteigen. Da habe ich zwei Gammelplastikers hinten. Warum hast du die Schäbeblöcke denn so zur Seite hingedreht? Das ist ein Bug, meine Freunde. Ihr seid hier drinnen. Oh mein Gott, wie schnell der hochbeschweig. Oh mein Gott, 1300. Ich glaube, bei 1300 und ein paar zerquetschte Wange. Auf jeden Fall, Schalmauer, dich bloß. Alter, safe Schalmauer durchbrochen. Ja, Alter, hast du durchbrochen. Ich habe es gesehen. Ich habe es auch gesehen. Ja, ich bin auch noch drin. Ja, ich bin rausgeflogen. Das fährt sogar auf die Kiste. Hey, ist rausgeflogen. Ich fährt nur 300. Ich bin nicht mehr drin, Jungen. Oh, steig aus, Max. Ja, dann einfach. Ich hole dich ein. Oh, da hinten siehst du dich. Ja, ja, da hinten siehst du dich. Oh, Alter. Aber irgendwann kackt das ab, ne? Krank. Ja, aber ich habe gerade zum Beispiel 1,5 geschafft. Wollt ihr nochmal? Ne, ne, ich glaube dir das. 1,5 glaube ich dir. Warte, steig nochmal ein. Ja, ey, ich will nochmal, dass wir einsteigen. Komm, vor allemal. Ey, wenn du rausfliegst, schreie SOS oder so, dass wir auch raussteigen, ne? Okay. Soll ich in der Mitte? Warte, Max muss noch ein. Jetzt. Oh, die Schallmauer ist sogar noch da. Und? Oh mein. Ja, das glaube ich, wenn wir drin sitzen. Ich finde, kann nichts sein. Okay, ja, egal. 1,5. Ja, also ich brech ich schon mal. Nicht schlecht, nicht schlecht. 1,5 ist ne Ansage. 1,5 ist ne Ansage. Max, du oder ich. Komm, weißt du, ich lasse dich entscheiden. Du oder ich. Dann mach du mal. Ich habe ein bisschen Angst, meins zu zeigen. Okay. Dann steigt mal ein in Speedy Gonzales. Okay. Seid ihr alle drin? Ich bin gehypt. Ja. Er rastet es ein bisschen rückwärts hier. Und dann würde ich mal sagen, let's go. Machen wir die Raketen natürlich an, ne? So, Beschleunigung ist nicht so krass hier bei Russik, ne? Aber... Russik ist ja ultraschnell hochbeschleunigt. Aber es geht ja um die Endgeschwindigkeit. Um die Endgeschwindigkeit. Taus... Oh. Zwei. Oh, bald. Habe ich die Schallmauer durchsprechen gehört? 400. Okay, jetzt ist jetzt schon schneller. 600. Oh mein Gott. Geht da noch mehr denn? Geht da noch mehr? Da geht noch mehr. Da geht noch mehr. 2.000 crashen. 2.000 crashen. Oh mein Gott. 2.000? Wir werden noch die 2.1 knacken. Ah. Also ich habe in meinem Test 2.150 geknackt. Krank, bro. Oh mein Gott. Also auf kurzen Distanz hätte ich dich hops genommen. Ja, gut. Hättest du, aber... Dann hole ich jetzt mal mein Ding hierher. Oha. Ah, was ist das denn? Das ist ein Schwierender, bro. Keine Tasten drücken. Ich drücke nichts. Ich habe meine Hände oben. Okay. Meine Hände ist oben. Dann würde ich sagen, ich zeige euch mal eins. Ich weiß nicht, wie gut es wird. Okay, let's go. Ihr müsst ihm aber ein bisschen Zeit lassen, weil die Düsen kommen Stück für Stück. Ich glaube, mit den anderen hättest du mehr geschafft. Nee, nee, mit denen war besser. Ich habe viel getestet, weil auf Dauer... Warte, warte, die bremsen dann immer kurz. Warte. Das dauert ein bisschen, aber die werden immer schneller. Jetzt sind wir schon bei 1.000. Oha. Nicht schlecht. Jetzt wird es halt immer so ein Stück schneller. Oh, ich habe die Schaltmauer doch. Nein. Nein. Nein, ich habe meine Hände. Meine Hände sind nicht an der Tastatur oder Maus. Hä? Ich habe auch gar nichts gemacht. Auf einmal lenkt die Scheiße. Ich glaube, Armin ist zu fett. Hä? Was soll das denn heißen? Aber, ey, komm, ich bin 20 km, hat er vor die Schaltmauer zu durchbrechen. Das darf doch nicht wahr sein. Zumindest das. Ja. Nee. Nochmal. Nein. Okay, ich habe es nicht geschafft, Leute. Schade. Warte mal. Das heißt, ich bin der Gewinner, ne? Okay, Armin, stark, der war echt krass, dein Schatz. 1.200 Euro. Nee, 1.000 Euro, sag ich schon, weil ich... 3.000. 3.000 Euro in meine... Hey, du bist ein strong, Armin. Strong. Dankeschön. Und, Leute, damit haben wir easy geworden. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst dir ein Like, der Abo, Schick-Lock aktivieren und schreibt mir in den Kommentar rein, würdet ihr schaffen, meinen Rekord zum Brech von 2150? Ich bin gespannt, Leute. Checkt die Jungs ab in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.